Die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin Und das noch in diese Sendung hier einzuarbeiten Unser Motto heißt ja Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt Die große Verheißung des Auferstandenen Die er den Seinen ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums gibt Im 28. Kapitel Vers 20 Und wann hätte diese Verheißung je besser passen können Als in diesen Tagen mit den ganzen Auf und Abs Und man kann Herrn Söder, den ich gerade in der Pressekonferenz gehört habe, nur zustimmen Wir sind hier in Deutschland eigentlich sehr, sehr gut aufgehoben Ich werde da gleich auch noch aus einem Pressetext zitieren Bei den Regierenden, so ist jedenfalls mein persönlicher Eindruck Die Maßnahmen scheinen zu greifen In anderen Ländern, wo man später in diese Maßnahmen hineingegangen ist, sieht die Lage wesentlich dramatischer aus Es gibt vieles zu diskutieren in diesen Tagen angesichts der Corona-Pandemie Aber im Großen und Ganzen glaube ich, ist unser Land, ist unsere Bevölkerung da auf einem guten Weg Dazu werden wir gleich aber mehr hören Denn nach wie vor gilt es, solidarisch miteinander zu sein Und dazu gehört bei aller physisch notwendigen Distanz Die auch weiterhin notwendig Dass wir trotzdem versuchen, eine größtmögliche soziale Nähe aufrecht zu erhalten Dazu dient ja auch dieses Video-Journal Beziehungsweise der Audio-Podcast, der sich übrigens steigender Beliebtheit erfreut Die Zugriffszahlen gehen nach oben Nicht zuletzt wegen unseres großartigen Hoshana-Yeshua-Songs Den wir vorgestern veröffentlicht haben Der schon sehr, sehr oft abgerufen worden ist Klickt einfach mal rein Die entsprechenden Daten findet ihr auch entsprechend in den Shownotes Entweder oben drüber bei Facebook oder unten drunter an anderen Orten Hört ihn euch mal an Er ist ja aus diesem Video-Journal, aus diesem Audio-Podcast heraus entstanden Fast eine Schnapsidee, aber hervorragend umgesetzt Von Jörg Degenkolb, Carsten Bunse und von Olaf Reitz Und mit ein bisschen Unterstützung von mir auch gesanglich Denn dieser Ruf Hoshana-Yeshua von Palmsonntag wurde da ja aufgegriffen Und dann entfaltet sich in diesem Song das Ganze hoch und tief Einer Karwoche hinein in das österliche Halleluja Aber das Ganze so aktuell in diese Zeit hinein auch getextet Ich bin der Meinung, hört es euch mal an Klickt mal rein, wenn ihr es nicht schon getan habt Oder teilt es bei euren Freundinnen und Freunden in eurer Bekanntschaft Wir sind aber auch so bei euch Nach wie vor können sie uns, könnt ihr uns telefonisch erreichen Unter 0202 429 696 75 0202 429 696 75 Oder per E-Mail an Bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Dort könnt ihr uns erreichen Wenn ihr einfach Lust auf ein Gespräch über Gott und die Welt habt Wenn es seelsorglichen Gesprächsbedarf gibt Oder wenn ihr Anregungen thematischer Art für diesen Podcast hier habt Für dieses Video-Genre habt Auch da hat mich in den letzten Tagen wieder die eine oder andere Mail erreicht Unter anderem eine schöne österliche Begebenheit Die mir Roland Penck von der Osternachtfeier in St. Elisabeth in Heckinghausen geschickt hat Die war natürlich nicht öffentlich, aber sie wurde ins Internet gestreamt Und weil der übliche Ostergruß am Ausgang der Kirche nicht in der gewohnten Weise stattfinden konnte Weil eben nicht öffentlich, es war ja keine Gemeinde da Ist Roland Penck einfach hinterher auf den Kirchplatz in St. Elisabeth in Heckinghausen gegangen Und hat den Ostergruß hinausgerufen Der Herr ist auferstanden, Halleluja Und tatsächlich aus diversen Wohnungen oder aus einer Wohnung erscholl der Ruf zurück Ja, er ist wahrhaft auferstanden, Halleluja Welch ein Segen in einer solchen Stadt zu leben In der nicht nur die Hunde von den Balkonen bellen Wie ich es hier vorige Tage in der Schillerstraße nebenan hier erlebt habe Sondern wo so etwas auch möglich ist Wo der Ostergruß von Balkon zu Balkon gerufen wird Vielen Dank Roland Penck für diesen wunderbaren Hinweis Er hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet Auch andernorts hat es einige Hinweise gegeben Etwa von Marian Lammering Eine Kollegin, die in ihrer Toreinfahrt Ich will nicht sagen aus der Not heraus Aber doch unserer Tradition entsprechend Die österliche Lichtfeier und die Wortgottesfeier gehalten hat Auch als Pastoralreferentin Und sich dort eine nachbarschaftliche Gemeinde In der nötigen Distanz versammelt hatte Also diese Zeit ist in vielerlei Hinsicht Auch von österlichen Aufbrüchen geprägt Ohne, und da bleibe ich dabei Dass man diese Corona-Pandemie vorzeitig als Krise betiteln sollte In der eine große Chance liegt Dazu leiden zu viele Menschen Dazu sterben zu viele Menschen Auch hier in Deutschland In anderen Ländern aber wesentlich mehr Und da sollte man in meinen Augen sehr, sehr vorsichtig sein Und dann nicht vorschnell in eine solche euphemistische Und letzten Endes dann auch zynische Redeweise hineingehen Aber es gibt diese österlichen Aufbrüche Von denen man sicherlich gespannt sein darf Wie die sich in Zukunft Wenn wir in eine vermeintliche Normalität zurückkehren Wie die sich da auswirken werden Von Exit-Strategien ist in diesen Tagen viel die Rede Da hat es ja auch gerade heute dann entsprechend die Konferenz Der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Zusammen mit der Bundeskanzlerin gegeben Auch dazu werden wir später etwas mehr hören Auf die Kontaktmöglichkeiten habe ich schon hingewiesen Alle wichtigen Informationen Auch da, wo man vergangene Folgen von bei euch Unserem Videojournal respektive dem Audio-Podcast finden kann Findet ihr auf der zugehörigen Webseite www.kck42.de 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 steht für KCK, Katholische Citykirche 42 Die ersten beiden Ziffern aus der Wuppertaler Postleitzahl Also katholische Citykirche www.wuppertal.de Abgekürzt www.kck42.de www.k42.de 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 Alle wichtigen Informationen Alles aktuelle Die Kontaktdaten Und so weiter Und so weiter Unter anderem Auch Unseren Song Hoschanah Jeschua Hilf doch Gott hilft Lohnt sich reinzuhören Klickt euch einfach mal rein Jetzt ist es also raus Die Pressekonferenz Der Bundeskanzlerin ist gerade Vor einigen Minuten Zu Ende gegangen Wir wissen jetzt Dass die derzeitigen Ausgangsbeschränkungen In der Grundlage Erstmal zwei weitere Wochen Bis zum 3.5. aufrechterhalten werden Es wird erste vorsichtige Öffnungen geben Läden mit 800 Quadratmeter Grundfläche Können möglicherweise schon ab Montag Dem 20.4. geöffnet werden Haben aber entsprechende Hygienekonzepte vorzuhalten Und vorzulegen Auch soll darauf geachtet werden Dass sich auf den Straßen keine Ansammlungen ergeben Alltagsmasken werden Für den öffentlichen Personennahverkehr Und beim Einkauf empfohlen Sie sind noch nicht verpflichtend Aber werden empfohlen Möglicherweise eine sinnvolle Sache Wenn man denn Nicht diese süßen kleinen Nichtse Die manche sich da ins Gesicht hängen Als solches schon als Schutz betrachtet Denn Baumwolle ist sehr schnell durchdrängt Mit der Atemluft Und dann helfen die auch nichts mehr Deswegen hat die Bundeskanzlerin Gerade auch nochmal darauf hingewiesen Dass auch diese selbstgenähten Alltagsmasken Natürlich hygienischen Standards Unterworfen werden müssen Wenn sie eine entsprechende Schutzwirkung Für andere Nicht für einen selbst haben Das ist immer wichtig Der Drang scheint mir bei vielen zu sein Sich selbst zu schützen Das machen diese Masken Aber nicht Schon gar nicht Wenn sie dann entsprechend nicht Den hygienischen Maßstäben unterworfen werden Wie kann man Hygiene da üben Indem man sie bügelt Indem man sie in den Backofen legt Oder in die Mikrowelle Damit Viren, die sich dort drin Natürlicherweise ansammeln Entsprechend abgetötet werden Auch das Was mancher Ehemaliger Arzt Und jetzt Komiker Wie Eckart von Hirschhausen sagt Man sollte sich dann Kaffeefilter Da hineinlegen Da sage ich mir Ob das jetzt so die ganz größte Schutzwirkung hat Denn Kaffeefilter ist ja eigentlich Dadurch ein Kennzeichen Dass er Feuchtigkeit durchlässt Sonst würden wir ja keinen Kaffee trinken können Und die Viren haben nicht die Größe von Kaffeepulver Also ein Kaffeefilter ist auch Sehr schnell nass und durchdrängend Und wenn man da dreimal rein niest Der nächste Nieser geht schlicht und ergreifend durch Also auch da Bitte Schaut genau hin Was ihr da macht Die Hygienestandards der medizinischen Masken Die dann auch dem medizinischen Fachpersonal Vorbehalten sein sollte Während wir mit unseren Alltagsmasken Und da gibt es ja die skurrilsten Formen Wie gesagt Dieses süße kleine Nichts Was manche da im Gesicht tragen Ob das so der Weisheit letzter Schluss ist Aber auch da muss man eben entsprechend Und kann man das ein oder andere schon tun Wenn man diese Masken eben regelmäßig wäscht Und ihr merkt schon Da hilft es nicht wenn man eine selbst genäht hat Sondern ihr braucht mindestens 10, 15 Selbstgenähte Denn nach zwei Stunden sind auch die entsprechend durch Und müssen in den Backofen Müssen gewaschen werden Müssen gebügelt werden Oder ab in die Mikrowelle Und es ist auch absolut nicht nötig Diese Dinger im Wald zu tragen Oder auf der Straße Wie ich es hier in Wuppertal manchmal sehe Man ist auf einer menschenleeren Straße unterwegs Und die Leute haben eine Gesichtsmaske im Gesicht Eine Alltagsmaske im Gesicht Das ist relativ unsinnig Denn der Virus wabbert nicht durch die Luft Wie man bei manchem Fake-Bild im Internet sehen kann Wo dann die Viren so aufgeblasen sind Und überall sind Viren Nein Wir reden von Tröpfcheninfektionen Wie es bei Schmierinfektionen ist Sind sich die Epidemiologen nicht so ganz sicher Aber es muss doch ein relativ enger Kontakt Zwischen zwei Personen sein Da haben jetzt wie gesagt einige Beratungen stattgefunden Es findet also eine vorsichtige Öffnung statt Die Schulen und Kindergärten scheinen noch längere Zeit geschlossen zu bleiben Gerade in der Pressekonferenz tauchte mehrfach die Frage auf Wie sieht es denn mit den Kirchen aus Wenn Baumärkte geöffnet sein dürfen Und wenn Läden demnächst öffnen dürfen Die 800 Quadratmeter Grundfläche haben Da ist doch Ist das doch verhältnismäßig Wenn die Kirchen, die Gottesdienste dann entsprechend geschlossen werden Die Frage kann und muss und soll man stellen Wobei Bevor ich auf die Frage eingehe Mich persönlich schon immer so ein merkwürdiges Gefühl beschleicht Wenn Kirchenvertreter dann selbst sagen So viele kommen zu uns ja nicht Das ist dann doch ein Understatement Das rein marketingtechnisch merkwürdig anbutet Das aber nur nebenbei bemerkt Ich kann an dieser Stelle sagen Und die Bundeskanzlerin hat es ja gerade auch gesagt Es wird wohl am Freitag Da nochmal eine extra Beratung zu geben Im Internet hat heute Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki Übers Domradio und ich glaube auch über Twitter Und an anderer Stelle Darauf aufmerksam gemacht Dass das wohl das Ziel sei Dass bald auch wieder öffentliche Gottesdienste stattfinden können Und sofort Wir haben in Deutschland 80 Millionen Epidemiologen Die waren früher Bundestrainer Aber Fußball findet ja gerade nicht statt Jetzt macht man halt auf Virologe oder Epidemiologe Die sofort sagten Wie soll denn das sein? Wie soll denn das gehen? Das geht ja gar nicht Doch Das geht Ich kann aus gut informierten Kreisen sagen Weil ich selbst daran beteiligt bin Wir überlegen gerade für das Erzbistum Köln Wie wir das entsprechend auch Öterhygienestandards so sicherstellen können Dass dort das Infektionsrisiko auf ein Minimum gesenkt wird Mehr kann man dazu im Moment noch nicht sagen Aber es gibt entsprechende Möglichkeiten Die Planungen laufen auf Hochtouren Wir sind dabei Wenn der Staat entsprechend Den Zugang zu Gottesdiensten wieder erlaubt Werden auch da Ähnlich wie es bei 800 Quadratmeterläden Und an anderer Stelle möglich ist Unter bestimmten Rahmenbedingungen Und der Achtung Entsprechende Hygieneregelungen Möglichkeiten geben Wir hoffen, dass da entsprechend Die Gottesdienste auch bald zugänglich sind Ansonsten muss ich wirklich sagen Gibt es eine intensive Debatte Auf der einen Seite sage ich Gott sei Dank Gibt es sie aber bei manchem Frage Ich will mich dann auch wirklich Macht die Augen auf Leute Diese Debatte geht um die Frage der Grundrechte Natürlich sind manche Grundrechte im Moment eingeschränkt Das ist in einer Demokratie so Wenn eine besondere, eine krisenhafte Situation auftritt Und diese krisenhafte Situation haben wir gerade durch die Infektion Und das Infektionsschutzgesetz beinhaltet ja die Einschränkung von Grundrechten Also hier wird nicht einfach plötzlich eine Selbstermächtigung irgendwo ausgesprochen Sondern es läuft immer noch alles nach Recht und Gesetz Freilich muss es verhältnismäßig bleiben Die Verhältnismäßigkeit der Mittel muss gewahrt bleiben Deswegen bin ich froh, dass wir in einem föderalen Land leben Viele jammern jetzt Es muss doch eine einheitliche Lösung geben in Deutschland Warum? Warum muss es eine einheitliche Lösung bei 16 Bundesländern geben? Ministerpräsident Söder aus Bayern sagt gerade zu Recht In Süddeutschland ist das Infektionsrisiko derzeit wesentlich höher Vielleicht auch wegen der Nähe zu Ischgl und Tirol Als in Norddeutschland Warum müssen also in Norddeutschland strengere Regeln gelten Oder genauso strenge Regeln wie in Bayern und Badem-Württemberg Wo sie notwendig sind Es ist doch gut, dass wir in einem föderalen System leben Wo jedes Land selber dann auch das für sich Notwendige Im Rahmen der bestimmten Möglichkeiten tun kann Ich persönlich finde das hervorragend Ich habe den Eindruck, dass wir da sehr gut regiert werden Und da bin ich glaube ich nicht alleine mit dieser Meinung Denn ich habe hier heute einen Beitrag gelesen von Hatise Aikün Und zwar im Tagesspiegel Den werde ich auch in die Shownotes packen Und Hatise Aikün, der ist nicht so lang Deswegen kann ich ihn ganz vorlesen Schreibt da unter der Überschrift Warum ich einen Zettel habe Auf dem ich die Kritik für die Zukunft notiere Sie schreibt dann Ich möchte mich entschuldigen Dafür, dass ich zu Beginn der Corona-Krise Viele hart kritisiert habe Das Falsche oder nicht genug zu tun Es hat einige schlaflose Nächte gebraucht Mir einzugestehen, dass meine Kritik nicht angebracht war Denn während ich in meinem kuscheligen Arbeitszimmer saß Das machten Ärztinnen, Pflegerinnen, PolitikerInnen, LehrerInnen, PolizistInnen, KassiererInnen und viele andere In systemrelevanten Berufen die Arbeit Selbstkritik und Selbstreflexion kommen in Ausnahmesituationen meistens verzögert Das Innehalten führte bei mir dazu Die Dinge aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten Zum Beispiel, dass es auch für die Polizei nicht angenehm ist Durch die Parks zu gehen und friedlich sitzende Menschen zu bitten, aufzustehen Auch der Supermarktangestellten wird es nicht leicht fallen Zum hundertsten Mal freundlich darauf hinzuweisen Dass ein Einkaufskorb benutzt werden muss Damit sie den Überblick über die Anzahl der Menschen im Laden behält Lassen Sie mich aber damit beginnen Die LehrerInnen und den LehrerInnen und Lehrern zu danken Seit zwei Wochen versorgen sie uns Eltern mit Lernstoff für unsere Kinder Manche technisch hochversiert, indem sie per Videokonferenz den Unterricht abhalten Andere mit klassischen E-Mails, in denen sie Arbeitsblätter und Aufgaben versenden Die Lehrkräfte selbst müssen hunderte E-Mails und Dokumente, die sie zugeschickt bekommen Sortieren und bearbeiten Nein, es läuft nicht alles perfekt Manches nicht einmal gut Aber warum sollte es das? Wir alle durchleben eine Situation, die wir uns vor ein paar Wochen nicht mal im Traum hätten vorstellen können Ich schaffe es nicht mal Ordnung in meinen unüberschaubaren Midi-Alltag zu bekommen Hatte aber die Erwartungshaltung, dass andere spielend ein ganzes Land organisieren sollten Wäre ich Gesundheitsministerin, müsste ich die Gesamtlage im Blick haben Wäre mein Job Außenministerin, müsste ich Bürger aus allen Teilen der Welt nach Hause holen Und als Finanzministerin wäre ich verantwortlich dafür, Geld zu verteilen Aber würde ich es auch machen wollen? Jeden Tag bis zur Erschöpfung arbeiten und am Ende nur Spott und Undankbarkeit ernten? Nein, dafür fehlte mir die Kraft Es wird nicht alles richtig gemacht, aber vieles wird im Vergleich zu anderen Ländern auch nicht falsch gemacht Wenn ich mir die Welt anschaue, bin ich gerade sehr dankbar dafür, Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland zu sein Diese Krise hat keine schwarze und weiße Seite, sondern eine Palette von unendlich vielen Grautönen Und was ich sehe, dass in diesem Grau eine Menge Farbe steckt Es ist nicht alles strahlend, aber dennoch einigermaßen geordnet und aufs Funktionieren ausgerichtet Denken Sie mal einen Moment darüber nach, an wie vielen Dingen wir schon im kleinen Tag täglich scheitern Ich habe das beruhigende Gefühl, in dieser Krise gut regiert zu werden Die entscheidende Frage für die Zukunft werden wir uns sowieso erst später stellen müssen Waren wir eine solidarische Gemeinschaft in diesen Zeiten? Seit gestern hängt ein Zettel in meinem Arbeitszimmer, auf dem ich notiere, was ich alles kritisieren werde Sobald wir diese Krise hinter uns haben Ganz oben steht Wie konnten wir es zulassen, dass unser Gesundheits- und Pflegewesen auf Gewinn ausgerichtet ist Ohne dass wir als Gesellschaft dagegen aufbegehrt haben Darüber wird zu reden sein Bis dahin aber gilt zumindest für mich Einfach mal den Mund halten, wenn man keine Ahnung hat Ich sage für meinen Teil, vielen Dank, Kathisa Eikün, für diese ehrliche Bestandsaufnahme Sie trifft so ziemlich genau das, was mein Empfinden ist Da wird im Moment schon viel gejohlt über Einschränkungen von Grundrechten Ja, die sind eingeschränkt Zeitlich bedingt und gut begründet Aufjaulen und demonstrieren werden wir müssen Wenn diese Krise vorbei ist Wenn wir einen Impfstoff haben Wenn die Pandemie eingedämmt ist Und wir dürfen immer noch nicht rausgehen Dann müssen wir aufbegehren Es geht um die Verhältnismäßigkeit der Mittel Ja, die Religionsfreiheit gilt weiterhin Jeder darf in unserem Land glauben Jeder auch Was sie, was er möchte Jede und jede Darf den Gott so anbeten, wie er seinem Bild entspricht Jeder darf beten Der Glaube darf öffentlich verkündet werden Übers Internet von Balkon zu Balkon Oder von Kirchplatz raus auf die Straße Geht alles weiterhin Die Religionsfreiheit gilt Was im Moment nicht ging bisher Aus gutem Grund Und wir haben Till Magnus Steiner in dem Interview gehört Aus Jerusalem Wie sich dort der Virus In orthodoxen Synagogalgemeinden verbreitet Was im Moment nicht geht Bisher nicht ging Ist Versammlung in größerem Stil Auch zu Gottesdiensten Da wird an Lösungen gearbeitet Die Politik hat das im Blick Man spricht miteinander Hört also das Jammern auf Ob ihr Slotterdijk heißt Der dazu einen großen Artikel in der Zeit geschrieben hat Judi C Und wie sie alle heißen mögen Es ist im Moment wohlfeil Aus dem stillen Arbeitszimmer heraus Die ganz große demokratische Welle zu propagieren Um dann doch zu sagen Aber irgendwie muss es ja so sein Das ist ein bisschen billig Es geht darum In der Verhältnismäßigkeit der Mittel Den richtigen Weg zu finden Ob dieser Weg genau so richtig war Oder hätte anders gegangen werden können Wird man aus der Geschichte heraus beantworten können Aber ich stimme Hattise Alpeln zu Es scheint mir ein guter Weg zu sein Den Deutschland geht Denn im Vergleich zu anderen Ländern Geht es uns saugut in diesem Land Und was die Einschränkung von Grundrechten angeht Da werden uns sicherlich Ende der Woche noch etwas die Augen aufgehen Denn ich habe mit Öde Schmidt gesprochen Einem Wuppertaler Journalisten Der immer wieder mal in Mexiko unterwegs ist Er ist zur Zeit auch wieder in Mexiko Ich habe mich mit ihm für Freitagabend Zu einem Videogespräch verabredet Am Freitagabend werden wir also hier nicht sein Da werde ich wegen des Zeitversatzes mit Öde Schmidt sprechen Und er wird uns aus Mexiko berichten Wie da die Zeiten der Corona-Pandemie erlebt werden Und ich kann nur sagen, seid froh, dass wir in Deutschland leben Und dass wir hier darüber sprechen, ob wir zu zweit oder zu dritt Auf die Straße gehen sollen So viel kann ich schon sagen, dass in Mexiko der Staat Offenkundig total versagt Und die Gangs in den Favelas Das Regiment übernommen haben Und die achten noch in einer ganz anderen Weise Auf Ausgangsbeschränkungen Aber wir werden das aus dem Mund von Öde Schmidt Viel authentischer erfahren Wenn er uns da Erstmal mir in der Aufzeichnung des Gesprächs am Freitag Aber für Sie, für Euch dann hörbar Und sichtbar hoffentlich am Samstag Am Sonntag in der Sendung Dann mal einen Anblick aus einem anderen Land bekommt Danach reden wir dann nochmal drüber Ob wir wirklich weiter auf diesem hohen Niveau Hier in Deutschland klagen wollen Denn ich glaube, selbst den Regierenden ist ja daran gelegen Möglichst schnell aus dieser Nummer wieder rauszubekommen Deswegen ist ja von Exit-Strategien die Rede Exit-Strategie und Rückkehr zur Normalität Das ist ja das große Stichwort Das mancher Ministerpräsidenten auch in Worte führt Und da ist auch schon interessant Wie Markus Söder aus Bayern da immer reagiert Der ja zuerst den harten Hund gegeben hat Jetzt gerade doch viel mehr Kreide gefressen hatte Also dieser Mann weiß sehr genau Wie er mit dem Volk umgehen muss Wie er sich positioniert Wann er welches Gesicht zeigt Aber die Frage ist natürlich berechtigt Wohin wollen wir denn zurück? Und da ist mir heute in einer Mail Ein Text zugeschickt worden Von Andi Dino Jossa Ein hier in Wuppertal lebender Dramaturg Schauspieler Auch tätig als Engagementförderer In der Pfarrgemeinde St. Brunaventura In Remstadt-Lennep Also einer Nachbarstadt von Wuppertal Und er hat einen bemerkenswerten Text dazu geschrieben Den ich euch auch nicht vorenthalten möchte Mit Andi Dino Jossa Habe ich mich übrigens auch heute verabredet Mit dem werde ich nächste Woche mal Ein Interview führen Dann werdet ihr diesen Menschen Den man nicht nur hören sollte Sondern den man auch sehen sollte Nächste Woche mal in einem Interview sehen Der hat sicherlich auch einiges zu sagen Aber seinen Text jetzt Den ich gar nicht ausdrucksweise vorlesen möchte Spricht da auch schon Bände Andi Dino Jossa schreibt in diesem Text Unter dem Titel Exit-Strategie Exit-Strategie Zweimal Mit Fragezeichen Mit Ausrufzeichen Also Exit-Strategie 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 Das Wort der Stunde In diesen Tagen Wird von Bundes- und Landesregierungen Ein Fahrplan Zur Aufhebung des Shutdowns erwartet Wir alle hoffen geduldig Auf eine Zeit In der wir einander Wieder richtig begegnen Und unserer Erwerbstätigkeit Nachkommen können Die Nationale Akademie Der Wissenschaften Leopoldina Wer hat zuvor jemals Von diesem Club gehört Hat der Regierung Kriterien und Strategien Zur allmählichen Rückkehr In die Normalität Anempfohlen Rückkehr Normalität Echt jetzt Es heißt doch Allerorten Die Folgen dieser Pandemie Würden unser Leben Ziemlich verändern Wird das nun doch Nicht so sein Bei aller Not Und Verzweiflung Hat die Corona-Krise Uns auch die Gelegenheit gegeben Aufrichtig Solidarität Und Mitgefühl Mit hinnächsten Liebe Zu praktizieren All jenen Dankbarkeit Zu zeigen Die die Versorgung Des Landes Aufopferungsvoll Aufrechterhalten Sich um andere Zu kümmern Zur Normalität In unserer Gesellschaft Gehören Empathie Und Dankbarkeit In diesem Ausmaß Vor der Pandemie Nicht Also rekultivieren Wir bald wieder Egoismus Und menschliche Kälte Back to Business As Usual Das wäre fatal Denn der Ausnahmezustand Bietet uns Eine existenzielle Chance Nämlich den Geist Der Welt Zu revolutionieren Indem das Virus Dafür sorgt Dass der ganze Wahnsinn Einmal anhalten muss Haben wir die Möglichkeit Inne zu halten Und auf das zu schauen Was wir einander Und der Erde antun Und uns schließlich Die Frage zu stellen Wollen wir so weitermachen? Dürfen wir so weitermachen? Dürfen wir blind Dem Primat Der Ökonomie Folgen Der Korruption Und Gier Der Mächtigen In der Welt Tatenlos zusehen? Dürfen wir Für unseren Wohlstand Die zahllosen Ungerechtigkeiten Ausbeutung Und Zerstörung Im Kontext Des globalisierten Kapitalismus Ausblenden? Dürfen wir sie Durch unsere Konsumentscheidungen Durch unseren Lebensstil Fördern? Dürfen wir Das Ausgrenzen Von Menschen Die faktische Aussetzung Von Asylrecht In Europa Hetze und Verfolgung Stillschweigend hinnehmen? Jesu Antwort wäre klar Er selbst hat sein Leben Dafür gegeben Den Geist der Welt Zu erneuern Wir Christen haben Von ihm den Auftrag Dazu beizutragen Dass mehr Gerechtigkeit Frieden und Liebe In die Welt kommen Dass die Schöpfung Bewahrt wird Allein dass wir Nicht einfach so In die Welt kommen Dafür muss jede Und jeder von uns Einen Beitrag leisten Mit Annahme Hingabe Zuversicht Und Vertrauen Wie einfach das klingt Denke ich da Das Coronavirus Kann man auch verstehen Als eine drängende Aufforderung an uns Diesem Auftrag Nachzukommen Wenn wir diese Krise Als eine solche Chance Begreifen würden Und nach ihr Nicht einfach Da weitermachten Wo wir temporär Aufgehört haben Dann könnten wir Das unsere dazu tun Dass sich unser aller Leben Tatsächlich verändert Die Hoffnung darauf Kann man mit Fug Und Recht Naiv nennen Träum weiter Höre ich aus allen Richtungen Einem Kanon gleich Aber Menschen Die nicht hoffen Nicht träumen Nicht glauben Haben die Welt Noch nie verändert Glauben wir Christen Nicht alle an das Unglaubliche Die Stimmen des Kanons Verstummen vielleicht Und während ich Diese Gedanken formuliere Fällt mir ein Beitrag Der indischen Schriftstellerin Arundati Roy In der Zeit in die Hände Es gibt keine Zufälle Hören Sie mich An dieser Stelle murmeln Hier schreibt sie Nichts wäre schlimmer Als wieder zur Normalität Zurückzukehren Die Pandemie Ist ein Portal Ein Tor Zwischen einer Welt Und der nächsten Wir können uns entscheiden Hindurchzugehen Und dabei die Kadaver Unserer Vorurteile Und unseres Hasses Hinter uns herzuschleppen Unsere Habgier Unsere toten Flüsse Und verqualmten Himmel Oder wir könnten Leichten Schrittes Hindurchgehen Mit wenig Gepäck Bereit dazu Uns eine andere Welt Vorzustellen Und bereit Für sie zu kämpfen Das Genau das Ist die Exit-Strategie Die wir brauchen Trauen wir uns Leichten Schrittes Von Hoffnung getragen Das wäre doch was Das schreibt Andi Dino Jussa Am heutigen Tag Mir per Mail zugestellt Vielen Dank Andi Für diesen hervorragenden Text Dem ich zustimme Ich bin zwar nach wie vor skeptisch Ob man die Pandemie Als Chance begreifen sollte Aber das ist glaube ich Nicht das Was du sagen wolltest Es ist ja die Frage Wenn wir von Exit-Strategie Sprechen Zu welcher Normalität Wollen wir denn zurückkehren Wird es eine Normalität Wie vor der Pandemie Überhaupt geben können Werden wir einfach so tun Als wäre nichts passiert Oder haben sich nicht Die vergangenen vier Wochen Schon so in unser Unterbewusstsein eingeprägt In das kollektiv Unterbewusste Einer ganzen Menschheit Und wir sind ja noch Nicht am Ende angelangt Wir haben noch Einen weiten Weg Vor uns Was wird die Normalität Danach sein Werden wir weiterhin Ein Gesundheitssystem Rein nach ökonomischen Maßstäben aufrichten Werden wir weiterhin Ein Just in time Ohne Lagervorhaltung machen Wo man sich in Gegenseitige Abhängigkeiten bringt Die beim Unterbrechen Der Lieferketten Zu enormen Konsequenzen führt Wie werden wir mit denen Umgehen Die in Ländern Die nicht diesen Wirtschaftlichen Wohlstand Haben Werden wir die einfach Verhungern lassen Was ist mit den Menschen In Lesbos Die dort in einem Lager leben Wo der Corona Virus angekommen ist Reichen 50 Kinder Für ein 80 Millionen Volk Wo teilweise Geschwister Auseinander begriffen werden Wer sind wir eigentlich Diese Frage Stelle ich mir Zunehmend Von welcher Normalität Reden wir eigentlich Ist es die Normalität Des deutschen Gartenzaums Wo der Deutsche Und die Deutsche Sich zwei Gartenzwerge Reinsetzen Und sagt Das meins hier Hat keiner Zutritt Ist das das Niveau Auf dem wir Wirklich leben wollen Können wir so Morgens in den Spiegel Hinein sehen Ist dieses Wohlfeile Die Grundrechte Werden beschnitten Wirklich das Wo der Demokrat Sich jetzt zeigt Oder ist wahre Demokratie Nicht gerade da Wo die Verhältnismäßigkeit Der Mittel Immer wieder neu Austariert werden muss Was ist das denn Für eine Demokratie In der die Reichen Immer reicher Und die Ärmel Immer ärmer werden Fragen über Fragen Die jetzt hochkommen Wo man die Zeit hat Nachzudenken Wo wir nicht Im Hamsterrad Und der eigenen Erwerbstätigkeit Und des Alltags Unterwegs sind Was ist das Für ein Land In dem es Zwar Bananen Äpfel Konservendosen Aber kein Klopapier Der mehr gibt Und wo Klopapier Zum Symbol Eines Wohlstandes Wird Wir sind doch Nicht mehr Ganz dicht im Dach In diesem Volk In dem man Eins dichtete Und dachte Dichten und denken Das ist die Große Herausforderung Der Stunde Und ich höre Die Populisten Nach der Schreckstarre Schon wieder Im Internet Jaulen Wo sie jedem Der ihre Meinung Irgendwie Pseudowissenschaftlich Vertritt Hinterherlaufen Was aber ist Wissenschaft Und Andi Dino Jussa Hat ja gerade In diesem Text Auch gefragt Wer ist eigentlich Diese Leopoldina Die ja jetzt Die großen Entwürfe Für diese Konferenz Der Ministerpräsidentin Und Präsidenten Heute Zusammen mit der Bundeskanzlerin Vorgelegt hat In der Westdeutschen Zeitung von heute Gibt es dazu Genau Die richtige Frage Denn der Artikel Ist überschrieben Wer oder was Ist eigentlich Die Leopoldina Ich will den Artikel Nicht ganz vorlesen Wenn ich ihn im Internet Finde Ich habe noch nicht Nachgeguckt Tue ich ihn in die Shownotes Aber die kurze Definition heraus Die soll fürs Erste Genügen Da schreibt Die Autorin Fatima Krumm Leopoldina Heißt die Nationale Akademie Der Wissenschaften Dazu wurde Die 1652 In Bayern Gegründete Naturwissenschaftlich Medizinische Akademie 2008 ernannt Die Idee Soll nach Angaben Der Akademie Selbst eine Legitimierte Institution Gewesen sein Die abseits Politischer und Wirtschaftlicher Interessen Gesellschaftlich Relevante Themen Bearbeitet Und diese Der Politik Und Öffentlichkeit Vermittelt Beziehungsweise Eine Beratungsfunktion Einnimmt Außerdem Vertritt die Akademie Die deutsche Wissenschaft im Ausland Eigenangaben Zufolge Ist die Akademie Als gemeinnütziger Verein organisiert Der aus Bundesmitteln Sowie Geldern Sachsen-Anhalts Finanziert wird So Da weiß man jetzt Bescheid Was die Leopoldina ist Ist also eine Wissenschaftliche Einrichtung Übrigens Interdisziplinär Zusammengesetzt Natur Geistes Versuchen Dinge zu Entwickeln Dass das Nicht ganz Stolperfrei War Konnte jeder Der aufmerksam Die Presse In den Vergangenen Tagen Verfolgt Beobachten Und jetzt Kommt etwas Ganz Entscheidendes Was mir Zunehmend Auffällt Und da Sind nicht Nur die Populisten Am Berg Sondern eigentlich Jede und fast Jeder von Uns Wissenschaft Besteht In der Regel Aus Streit Weil Diejenigen Die wissenschaftlich Tätig sind Ihre Sicht der Dinge Ihre Forschungsergebnisse Zur Diskussion stellen Der Disput Der Streithafte Diskurs Gehört Zwingend Zum Wissenschaftlichen Verfahren Dazu Und zwar Völlig Unabhängig Davon Ob es Naturwissenschaften Geistes und Sozialwissenschaften sind Wir Haben Als Forscherinnen Und Forscher Immer Nur Unser Spezialgebiet Mit Unserem Speziellen Blick Darauf Und Da Kommen Wir Zu Einigen Schlüssen Aber Das Ist Nie Das Gesamt Bild Das Entsteht Erst Wenn Wir Die zur Diskussion stellen Uns herausragende Erfahrungen Im Oberseminar Bei Helmut Mercklern Als Ich Meine Dissertation Verfasst Habe Wie Fair Aber Wie Hart Auch Dort Miteinander Gestritten Wurde Und Niemand War Beleidigt Wenn Ihm In Seinem Referat Ein Fehler Aufgewiesen Wurde Ganz Im Gegenteil Man War Dankbar Dass Man Diesen Fehler Nicht Hinter In Alle Welt Publiziert Hatte Sondern Dass Er Im Streit Aufgedeckt Immer die Frage stellen Wer hat die Studie Bezahlt Mit welchen Interessen Ist sie Verfolgt worden Wie war die Fragestellung Der Studie Wer war da dran Beteiligt Und so weiter Und so weiter Und es wird mit Sicherheit Eine Gegenstudie Geben Und dann muss man Die Eigentlich In einen Dialog Bringen Es hilft also Jetzt nicht Zu sagen Herr Droste Hat gesagt Herr Kekule Hat gesagt Herr Willen Hat gesagt Herr Streeck Aus Bonn Hat gesagt Nein Die haben Alle irgendwie Recht und Unrecht Erst im Diskurs Und das wird Jeder von Denen auch Sagen Sind die Gemeinsam Als Forschungskolloquium Unterwegs Deswegen ist Ein Konsil So wichtig Auch im Krankenhaus Kein Arzt Entscheidet im Krankenhaus Alleine Sondern es gibt Diese Konsilien Wo viele Fachleute Zusammensitzen Und auf diese Weise Die entscheidenden Beschlüsse herbeiführen Die entscheidenden Erkenntnisse Haben Es ist übrigens In der Theologie Eigentlich nicht anders Auch da ist Der Streit Notwendig Es gerade In der katholischen Kirche wird das Oft übersehen Weil man denkt Der Papst spricht Roma Locuta Causa Finita Ist Nein Ist auch bei uns Nicht anders Bei uns braucht es Auch diesen Streit Und wer davor schnell hingeht Und dem anderen Das katholisch sein abspricht Der hat was wesentliches Nicht begriffen Er hat nämlich Nicht begriffen Dass es schon In der Urkirche So war Als es um den Streit Zusammenkommen Erklärt wird Die damaligen Das katholisch Denn dieses Vollständige Krankenhausseelsorgerinnen Das katholisch Das katholisch Das katholisch Kapitel 3 Sprang auf Konnte stehen Das ist Das Teil Gold besitzen Viele Rollstuh Nichts davon Das katholisch Sie fassten ihn an In diesem Video Journal Audio Podcast Geworden Dass ich zum Schluss Immer etwas singe Und heute möchte ich Eine marianische Antiphon Singen Nämlich die Die in die Osterzeit Gehört Wir haben ja Insgesamt Fünf marianische Antiphonen Die auf das Kirchen Ja so ein bisschen Verteilt sind Plus Die fünfte Ist dann Subtum Präsidium Ein allgemeines Schutzgebet Die marianische Antiphon Der Osterzeit Marianisch deshalb Weil sie besonders Der Gottesgebärenden Maria gewidmet Sind Ist das Regina Celi Fun Fact am Rande Wir haben in einer Unserer Letzten Folgen Ja mal Schon mal Über die Offenbarung Und diesen Kaiserkult Das Tier Das aus dem Meersteig Der Antichrist Und die Zahl 666 Gesprochen Hatte ich damals Aufgeschlüsselt Dass das mit Kaiser Tiberius Kaiser Doch Tiberius Zu tun hat Trajan zu tun hat Jetzt hatte ich mich Vertraht Entschuldigung Also mit Kaiser Trajan Zu tun hat Dessen Name Ulpios Hinter der 666 steckt Und siehe da Wohin hat man Die marianische Antiphon gepackt Im neuen Gotteslob Unter die Nummer 666 Die Herausgeber Des neuen Gotteslobes Haben da Viel Humor Bewesen Vielen Dank Dafür Denn just In der Offenbarung Des johannes Ist es ja Die frau Mit dem Kind Die den Drachen In die Knie Zwingt Und dass man Hier Diesen Humor Und diesen Versteckten Hinweis Bewesen hat Ich bin Mir sehr Hoffnungsvoll Und gehe sehr Davon aus Dass das bewusst Passiert ist Dass das kein Zufall Ist Also unter Dieser besonderen Nummer 666 Ich weiß gar nicht Ob es im alten Gotteslob überhaupt gab Findet man Just die Marianischen Antiphonen Und dass Regina Celi Die Marianische Antiphon Die Gottesgebärerin Maria Gewidmet ist Der Osterzeit Will ich Jetzt singen Reggina Celi Lettare Halleluja Quia Que Meru Isti Potare Halleluja Resur Exit Cicut Exit Halleluja Ora Pronobis Deum Halleluja Der Herr segne uns Er bewahre uns Vor Unheil Und führe uns Zum ewigen Leben Halleluja Das gewähre uns Der dreieine Gott Der Vater Der Sohn Und der Heilige Geist Amen Hoschana Jeschua Halleluja Heute ist nicht alle Tage Ich komm wieder Keine Frage Bleiben Sie gesund Und helfen Sie anderen Gesund zu bleiben Glück auf